Jo, hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Saundersworld. Guckt euch dieses Drama an. Was soll ich dazu sagen? Ich habe jetzt am Montag, also heute ist Montag für mich, ich habe heute meine Pieces von der Legendären zusammenbekommen und danke einfach, ich hau einfach random die Beschwörung raus. Und was kommt raus? Mein dritter fucking Devoness. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, das soll es auch schon gewesen sein mit dem Video. Ich will gar nicht mehr machen, es ist einfach nur traurig. Ich wünsche euch, bis zum nächsten Mal.